Hallo und herzlich willkommen in der neuen Handelswoche. Wird sie genauso verrückt wie die vergangene Handelswoche? Genau vor einer Woche am Montag hatten wir das Börsenbeben in Japan, der Yen-Carry-Trader abgewickelt wurden. Wir hatten urplötzlich die Rezessionssorgen, die hochgekommen sind, schwache US-Arbeitsmogdaten, davor der schwache ISM aus der US-Industrie. Ja, Rezessionssorgen, der Carry-Trader abgewickelt wurde und der dunkelrote Startung urplötzlich sollte die US-Notenbankfett ja sogar Notzinsschriffe einleiten. Der Volatilität-Index, das Angstbarometer am dritthöchsten Stand erreicht seit seiner Gründung 1990. Übertreibungsphase, seitdem die Erholung, die wurde eingeleitet zum Turnaround Tuesday und nun haben wir den hohen Wochenschluss gesehen, ist alles vorbei und wir pendeln uns wieder hinein in die alte Range Richtung Allzeithoch. Vermutlich bleibt die Sache einfach volatil. Heute der Start, ich gucke kurz rüber, ja wir sind erst fester reingekommen. Wir hatten einfach die Sache auf so einen Wochenausblick bzw. zum Shortcheck besprochen. Sehr gute Wochenkerzen, in diese läuft man gerne nochmal rein, aber man sieht dann gerne noch so eine Übergangswoche. Vermutlich, und das ist meine Hauptannahme, bleiben wir aber einen volatil getriebenen Markt. Die saisonale Phase ist schwierig und der Markt ist getrieben jetzt von den Datensätzen. So wie vor zwei Wochen mit dem US-Arbeitsmarktbericht. Wir haben es aber auch letzte Woche etwas gesehen. Wir hatten dann einen sehr schwachen Wirtschaftskalender, ein bisschen der Sommerhandel eben, aber es gab Konjunkturdaten aus der zweiten oder eigentlich sogar dritten Reihe, wenn man mal die Anträge auf Arbeitslosenhilfe betrachtet. Aber der Markt hat genau darauf geschaut. Normalerweise ist das vollkommen egal, aber der Markt hat darauf geschaut und deswegen wird er getrieben bleiben von den Märkten. Bad News, Good News gibt es nicht mehr. Thema Inflation ist nicht das Wichtige. Bad News sind wirklich Bad News, weil dann die Rezessionssorgen wieder zurückkommen und die Konjunkturdaten, die anstehen, die werden den Markt weiter antreiben. Und in dieser Woche stehen nicht die Daten aus der zweiten oder dritten Reihe an, sondern direkt aus der ersten Reihe. Mittwoch haben wir noch die neuen Inflationsdaten. Wie gesagt, das ist nicht mehr der ganz große Punkt, aber ab Donnerstag wird es so richtig spannend. Wir haben die Frühindikatoren Empire State Herstellungsindexe für die FED-Index dabei. Ganz wichtig für die konjunkturelle Entwicklung, ob die sich eindrücken, ja oder nein. Und der größte Punkt sind die US-Einzelhandelsumsätze. Ganz wichtige BIP-Komponente, gewichtige BIP-Komponente. Und drüben die sich ein, dann haben wir ganz schnell in den Wochenabschluss wieder die Eindrübung bzw. die Rezessionssorgen, die hochkommen. Wie die Daten ausfallen, ich weiß es auch nicht, aber der Markt wird von diesen Daten jetzt richtig getrieben, vor sich her getrieben. Und das wird uns vermutlich noch viele Wochen begleiten, passend zu der schwachen Saisonalität, die wir haben. Also Fokus definitiv klar Mittwoch, ja, Inflationsdaten, aber in Kombination mit den am Donnerstag gemeldeten Konjunkturdaten aus den USA, die gemeldet dann vor allem die Einzelhandelsdaten aus den USA. Wir hatten jetzt schon im Umfeld, da vor vergangene Woche schon, Daten, Kreditkortendaten aus den USA gesehen. Und die haben aufgezeigt, dass der US-Konsument ganz schön unter Druck geraten ist. Ja, hohe Kreditkortenschulden, die hohe Verzinsung, Sparquote gering. Man schaut etwas nun aufs Geld. Und das kann gut sein, dass dann das schon in erster Indikation ist, dass dieser Datensatz vielleicht schwächer ausfällt. Und das wäre dann der Punkt, jegliche Erholung, die wir sehen, könnte dort wieder in sich zusammenfallen. Also das ist sicherlich der wichtigste Punkt in dieser Handelswoche. Wir haben auch Konjunkturdaten Deutschland, Eurozone, Morgens, ZDW-Index. Positiv an Deutschland ist, man erwartet einfach nichts mehr. Man hatte letztes Jahr den Boden erhofft, bei der Abschwächung kam nicht. Man hat gesagt, ja, am nächsten Jahr, also in diesem Jahr, die letzten BIP-Daten, die wir gesehen haben, sind noch nie mehr richtig raus aus der Rezession. Also die Erwartungshaltung ist hier zumindest untergeordnet. Also Konjunkturdaten im Fokus, der Markt bleibt getrieben von den Daten. Ich glaube nicht an diese Erholung Richtung Allzeithoch. Ich glaube, es bleibt ein volatiler Markt bleiben, auf und ab, passend zur schwachen Saisonalität. Dass der Turnaround kommen soll, die Erholung, das hatten wir ja auch im Traders Club gesprochen. Und pünktlich zum Turnaround Tuesday hatten wir den Tiefpunkt auch gesehen. Volatil nach oben, aber genau in diesem Muster, die schon passen. Ich hatte es euch vor einer Woche gesagt, so ein, zwei Wochen Erholung gehört dazu. Jetzt sind wir in der zweiten Woche. Also diese Daten stehen im Fokus. Da muss man uns drauf orientieren, wie diese ausfallen. Fallen sie besser aus? Ja, dann kann es auch sein, dass die vergangene Woche das Marktereignis, was wir gesehen haben, das hatte ich aus dem Wochenausblick ein bisschen thematisiert, Marktereignis, Abdeckung, den Caratrade als Trigger für einen Abverkauf. Ein Marktereignis ist ein einmaliges Ereignis, was dann schnell wieder ausgebügelt wird. Das hatte ich alles in den Wochen. Schaut euch gerne den Wochenausblick noch an. Hatte ich auch Grafiken dazu gezeigt. Das einmalige Marktereignis, was dazu führt. Abverkauf, aber dann Stabilisierung. Aber auch in diesen Phasen, bei einem einmaligen Marktereignis, wie Fukushima, das Tepertantrum, Angst, hatte ich alles so ein bisschen gezeigt. Das ist dann schnell abgehakt, aber man läuft trotzdem nochmal die Tiefpunkte an. Oder auch ein neues Tief. Also ein bisschen volatile Phase hat man, aber man stabilisiert sie. Wir haben jetzt beim S&P 500 8,5% stärksten Jahresrücksetzer. Der nächste knapp 16%. Von der Ausprägung her reicht das eigentlich für so ein Sommergewitter. Das hat man auch gesagt, dass das innerhalb von drei Wochen ist. Das ist ein Warnsignal. Dass da wirklich vielleicht nicht alles anders ist. Und beziehungsweise wir dann in der Tat vielleicht mehr als ein Marktereignis haben. Das ist jetzt wichtig zu wissen. Ist es nur einmaliges Marktereignis, dann heißt das, volatil bleiben wir. Wir sehen vermutlich nochmal die Tiefpunkte. Aber dann sind das die Tiefpunkte. Und wir orientieren uns Richtung Jahresende wieder nach oben. Ist es mehr, ist es vielleicht ein Bärenmarkt, dann braucht das mehr. Dann braucht es einen richtigen Trigger. Dann braucht es diesen langen Rattenschwanz. So wie wir es bei Corona hatten. Dann sind die Lieferketten zusammengefallen. Die Inflation ist hochgegangen. Wir sind in eine Hochzinsphase übergegangen. Die Rezession ist gekommen. Das ist ein richtig langer Rattenschwanz. Oder bei der Finanzkrise. Eine Bank kippt um, dann kippen mehrere Banken um. Dann kommen die Staaten ins Wacken aus der Finanzkrise. Dann wird eine Schuldenkrise. Dann kommt eine tiefe Rezession. Das müsste es geben. So ein einmaliges Marktereignis, so ein schwarzer Schwan, so ein einmaliger Trigger, der ist schnell abgehakt. Und wir stehen genau inmitten drin. Wir stehen genau inmitten drin. Und das ist ein Bärenmarkt. Ein Bärenmarkt kann sich auch daraus entwickeln, wenn wir eine tiefe Rezession rutschen. Und deswegen haben wir diese Unsicherheit mit den Konjunkturdaten jetzt auch vor uns. Also momentan, Frage Marktereignis, die Heftigkeit der Bewegung, könnte gut sein, dass es mehr ist. Aber das mehr braucht dann eben auch so einen externen Spicker, beziehungsweise eine zweite Initialzündung, die durchaus kommen kann. Und wenn nicht, hätte man ja sowieso Zeit, diese dann auszubilden. Ja, also das steht definitiv im Punkt. Die Erholung mit Zwischenschritt Richtung Tiefpunkt müssen wir erwarten und es getriebene sein von den Konjunkturdaten. Und dann schauen, ob sich aus einem Marktereignis vielleicht in der Tat deutlich mehr entwickeln kann. Vielleicht sogar ein neuer Bärenmarkt. Das war das Thema vom Wochenausblick. Schaut euch das Video gerne nochmal an. Ich kann es euch auch nochmal verlinken. Ansonsten haben wir auch ein Thema, was immer wieder ganz nach oben gepusht war. Die Geopolitik hatte ich auch vieles jetzt schon gepostet, wieder im Traders Club. Weil auch die israelischen Geheimdienste davon ausgehen, dass der Iran in der Tat einen großen Angriff direkt auf Israel vorbereitet. Die USA verstärkt die Präsenz im Nahen Osten. Das ist jetzt auch noch ein Unsicherheitsfaktor, den wir haben. Aber das kann im besten Fall wieder nur ein einmaliger Unsicherheitsfaktor sein. Er schüttelt die Märkte immer durch und einen Tag später ist alles wieder vorbei. Oder vielleicht schon einen halben Tag später. Sofern es für die Wall Street eben nicht relevant wird. Und das Positive ist, der Iran und auch die USA betonen immer wieder, wir wollen keinen Flächenbrand. Dass der Iran jetzt reagieren muss, irgendeine Vergeltungsmaßnahme kommen wird. Ja, die Stärke ist vermutlich auch intern im Iran kontrovers diskutiert. Aber es sieht danach aus, dass wirklich ein größerer Angriff kommen soll. Größer als der im April. Das war, glaube ich, der April. Dieser heftige Drohnenangriff. Als Reaktion. Aber auch bloß ein einmaliges Ereignis. Also das haben wir in dieser Woche definitiv auch noch als Unsicherheitsfaktor. Aber Politik, Geopolitik hat ihm gerne auch kurze Beine. Hatte ich mehrfach angesprochen. Wird gerne ganz hoch, ganz hohes Podest. Da hat immer die Geopolitik gehoben. Aber meistens ist es nicht dieses Marktereignis. Die Straße vom Hormus, der Öltransit, der wird entscheidend sein, ob da der Iran zumacht. Und es deutet sich gar nicht an. Es deutet sich nicht, die drohen noch nicht mal damit. Sie haben keinen Bock. Auch China werden sie da ans Bein pinken. Also das, glaube ich, das wird nicht kommen. Das wird nicht kommen. Es wird ja sicherlich einen großen Angriff geben. Hoffentlich lässt dann Israel dann auch mal, denke ich auch gleich wieder auf die nächste Vergeltung, dass man sich hin und her schaukelt. Aber es ist alles dramatisch und tragisch, was dort passiert. Aber deswegen verkauft Tesla jetzt kein Auto weniger. Das wird nicht relevant werden, solange eben die Lieferketten dann weiter bestehen und vor allem der Öltransit weiter funktioniert. Das ist der einzige Punkt, Straße von Hormus. Wenn da irgendwas passiert, der Dichtgemachter vom Iran, wäre das problematisch. Wir laufen in eine Hoche Inflationsphase. Es deutet sich aber nicht an. Das ist das absolut unwahrscheinliche Szenario. Es deutet sich nur der Angriff an. Wird schrecklich genug sein. Dann wird es vielleicht die Unsicherheit geben, ob der Israel reagiert. Aber wenn das so ist, so wie es sich andeutet, dass niemand die Eskalation möchte, ist es wieder nur dieses eine Marktevent. Man ist in der Nacht mal richtig schwach und erholt sich dann vielleicht am nächsten Tag schon wieder. Als das ja auch ein bisschen erwähnt, war das Thema fast größer gemacht. Für mich ist das Hauptthema letztendlich die US-Konjunktur, die im Blickpunkt steht und die nächsten Datensätze und die Märkte werden eher dahin getrieben werden. Die Geopolitik funkt immer mal dazwischen. Russland, Ukraine ist ja auch wieder heiß. Aber das ist die ganze Zeit schon heiß. Bis es vielleicht mal zu heiß wird, dann preist er noch das ein und nicht vorher. Also Geopolitik funkt dazwischen. Aber Thema Konjunktur wird das Hauptthema sein. Das sollen ein bisschen die Eingangsworte in diese Handelswoche sein. Gerne könnt ihr eure Meinung auch hineinschreiben in die Kommentarspalte. Gerne könnt ihr mit in den Traders Club kommen. Ersten Link in der Videobeschreibung. Fokus in dieser Woche. Wir haben einen ruhigen Auftakt. Wenige Impulsgeber. Die Impulsgeber folgen. Die Impulsgeber sind einmal wird sicherlich die Geopolitik sein. Aber dann ganz klar der Punkt auf die wichtigen US-Konjunkturdaten aus der ersten Reihe. Die zweite, dritte Reihe hat bewegt in der vergangenen Woche. Die erste Reihe wird erst recht bewegen. Meine Hauptannahme bleibt, es bleibt volatiler Handel. Wir sehen auf alle Fälle nochmal den Weg Richtung der Tiefpunkte. Und dann wird sich entscheiden müssen, ob es das einmalige Marktereignis war oder ob es in Folgeereignisse gibt. Diesen dritten Schwanz, den man dann sieht in Bärenmärkten. Das muss sich zeigen. Wenn sich das nicht zeigt, war das das einmalige Marktereignis. Heftiges Sommergewitter. Aber mit der Chance, das letzte Quartal wird wie so häufig saisonal wieder stark sein. Und die Korrektur ist beendet. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, kommt mit in den Traders Club. Wir werden darüber sicherlich weiter offensiv sprechen. Ich wünsche euch einen guten Auftakt in dieser Handelswoche. Wir sehen uns hier auf diesem Kanal. Morgens im Market Briefing und natürlich auch schon Shortcheck. Und jederzeit live, wenn doch mehr passiert. Und das kann durchaus in dieser Woche auch sein. Thema Geopolitik und eben die US-Konjunkturdaten. Bis bald, macht's gut und ciao.